20. Mai 2012, mitteleuropäischer, ne stimmt gar nicht, Pacific Time oder irgend so was. Hier soll jetzt im Moment eine partielle Sonnenfinsternis stattfinden und aus diesem Grunde setze ich mir schon mal die dazugehörige Brille auf und warte, dass es anfängt. Das Problem dabei ist, die Sonne ist zwar da, aber es ist kein Mond in der Nähe, der ja eigentlich auch dafür gebraucht wird, für so eine Sonnenfinsternis. Also wir warten, wir harren der Dinge, die da kommen, nämlich der Mond, der kommt. Schauen wir mal, wo er ist. So, ein paar Minuten später stellt sich dann raus, die Sonnenfinsternis ist gar nicht um 5.10 Uhr, sondern erst um 6.29 Uhr. Also Brille wieder ab und ein bisschen warten. Und ach, was ein Zufall, jetzt ist es schon fast 6.29 Uhr, wir brauchen jetzt nur noch 10 Minuten warten. Aber dann passiert es wirklich, hoffentlich. Und wer, wenn nicht. So, jetzt aber endgültig, es müsste jeden Moment losgehen. Nicht nur jeden Moment, sondern jede Sekunde sozusagen. Also, wenn eine Sekunde ein bisschen länger als eine Minute wäre, dann würde es jetzt gleich losgehen. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. So, jetzt bin ich. Ja, das war so die weltberühmte Sonnenfinsternis. Wie man gesehen hat, hat man eigentlich nichts gesehen. Vielleicht kann man im Fernsehen sehen, wie es gewesen wäre, wenn man was gesehen hätte. Soweit zum Thema Sonnenfinsternis. Ich beende damit den heutigen Tag wieder einem dreifachen Son-Son-Fin-Fin.